Es kamen drei heilige Weisen, sie kamen vom Morgenland fern. Sie waren schon lange auf Reisen und sie folgten getreu dem Stern. Sie zogen viel Wege und Straßen, bis Jerusalems Mauern sie sahen. Sie freuten sich über die Nassen, nun endlich dem Ziel nah zu sein. In Bethlehems traute Gefilde, da gingen ins Haus sie hinein. Und fanden das Kindlein, das Milde, mit Maria der Mutter rein. Wir bitten auch in diesem Jahr um eure guten Gaben. An dem, der hier barmherzig war, wird Gott gefallen haben. Wir bitten für ein fernes Land, für Menschen fremd und unbekannt. Helft, dass überall auf Erden die Kinder Gottes glücklich werden. Amen. 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 Recht schönen Dank für eure Gaben. Ihr mögt dafür viel Segen haben. Es wünschen euch ein glückliches Jahr der Sternpräger, Kaspar, Melchior und Walter. Es zieht aus weiter Ferne drei Könige einher. Sie kamen von drei Bergen und fuhren übers Meer. Sie bringen viel Geschenke an Weihrauch, Mühre, Gold. Wem wollen sie dies bieten? Wem sind sie denn so gold? Ein Kind liegt in der Krippe, so wunderlich und fein. Das schönste Kind auf Erden im goldenen Himmelschein. Wie ganz schön ist es denn so gold? Ein Kind ist gut, es ist gut, es ist gut. Es ist gut, es ist gut. Vielen Dank.